Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Seit dem gewaltsamen Tod von Gina Massa Amini Mitte September halten die landesweiten Proteste in Iran an. Mit der Parole der kurdischen Frauenbewegung, Jinjian Azadi, übersetzt Frauen leben Freiheit, demonstrieren Bürgerinnen und Bürger gegen die Frauenfeindlichkeit und die Repression des Regimes im Iran. Diese Menschen, vor allem den mutigen Frauen und Mädchen, gilt unsere Solidarität. Gegen die Proteste der Bevölkerung gehen die iranischen Sicherheitskräfte mit äußerster Brutalität vor. Laut Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden mindestens 154 Menschen von staatlichen Sicherheitskräften bislang getötet und unzählige verletzt. Allein in der Stadt Seedan sind mindestens 82 Menschen bei den Protesten getötet worden. Vertrauliche Dokumente verdeutlichen, dass die brutale Vorgehensweise der iranischen Sicherheitskräfte System haben und vom Generalhauptquartier der Streitkräfte angeordnet wurden. Ich fordere die Verantwortlichen auf, diese Gewalt und diese Repression gegen friedliche Demonstrierende muss sofort beendet werden. Alle Personen, die bei den Protesten festgenommen wurden, müssen umgehend freigelassen werden. Die Presse- und Meinungsfreiheit muss gewährt und der Zugang zu Internet wiederhergestellt werden. Meine Damen und Herren, die starke Demokratiebewegung im Iran braucht unsere Unterstützung. Solidaritätskundgebungen alleine reichen aber nicht aus. Die Bundesregierung muss endlich handeln und ihrem Anspruch einer feministischen Außenpolitik auch gerecht werden. Sie muss sich dafür einsetzen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Dafür haben wir auch eine Reihe von Vorschlägen und Maßnahmen, die auch hier schon angesprochen worden sind. Wir fordern, dass die Bundesregierung sich auf internationaler Ebene dafür einsetzt, eine UN-Untersuchungskommission zu gründen. Denn die Verbrechen der iranischen Behörden bei der Niederschlagung der friedlichen Proteste muss auch auf internationaler Ebene untersucht, dokumentiert und vor allem die Verantwortlichen müssen hier auch benannt werden. Zweitens brauchen wir personenbezogene Sanktionen, die sich umfassend und nicht nur in symbolischer Größenordnung von 16 oder so gegen Angehörige des iranischen Machtapparates dauerhaft auch richten. Denn wer für die Menschenrechtsverletzungen im Iran verantwortlich ist, darf kein Visum für Deutschland erhalten oder Konten und Eigentum hier in Deutschland haben. Und zuletzt, wer vor dem iranischen Regime fliehen muss, muss hier auch Schutz und Aufnahme erhalten. Abschiebungen in den Iran müssen sofort gestoppt werden. Einige Bundesländer gehen hier ja auch mit gutem Beispiel voran. Und es wird endlich Zeit, dass die CDU-geführten Länder hier auch zustimmen. Derzeit leben 10 000 Iranerinnen und Iraner in Deutschland mit prekärem Status einer Duldung. Ihnen muss endlich dauerhaftes Schutz und eine Aufenthaltserlaubnis gewährt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.